InfiGob 21, 1,500 im Monat. Excuse me, wir haben 2,23. Ich hab das Gefühl, es wird Zeit für ein Santa Maria Intro. Aber übrigens, die Haare kommen schon wieder besser, oder? For real. Santa Maria, Rita, 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 Santa Maria, hasse, hasse, Santa Maria, Rita, hasse, Santa Maria, hasse, Santa Maria, hasse. Und damit herzlich willkommen. Am Geisterstand. Komm, meine alle Geil Jungs. Verdammt nochmal. Nach dem Intro brauche ich erstmal eine rote Unterhellis. Leute, wie geht's euch? ich kann nicht antworten doch das ist ein video alles klar ich denke mal wirklich niemand wird kommentieren wie es ihm tatsächlich hat bei mir ein mann der 1 5 netto im monat verdient keine chance was denkt ihr excuse me excuse me und ich glaube ich weiß nicht wer ihm ist sehr gut miteinander befreundet wollten den reichen mann aber denkt dann irgendwie wenn ich diese ganz gufie ansagen gemacht hat im scott 20 ist sexist und war das nicht die 27 jährigen woher soll dieser mann geld haben überlegen was für ein lebensstandard will ich desto höher euer standard desto älter der mann der mir nicht mal den lebensstandard ermöglichen kann den mir mein dad schon mein leben lang ermöglicht und der witz ist einfach meistens auch noch die männer die dann kommen wenn man irgendwas erwartet eine kleine aufmerksamkeit oder mal blumen zu bringen dann auch noch zu 13 und sich erlauben zu sagen so du hast mir doch auch noch nie was geschenkt ermöglicht ihr hier den standard ihr der arzt leute was denkst du wer du bist du pisser excuse me go ich muss tatsächlich sagen hier haben bruder 1 und bruder 2 ein sehr passendes video dazu gemacht 1 5 netto im monat verdient keine chance wie läuft es eigentlich mit deinem fügel den habe ich abgeschossen ein mann der 1 eine chance okay was erwartest du denn da ja finanzielle freiheit dass er gut aussieht aufmerksamkeit liebe und ein paar geschenke okay verstehe und was Wenn er mich wirklich liebt, dann erwartet er nicht, dass ich was mit deinen Fisch bringe. Oder eins, oder zwei. Danke, dass es euch gibt. Aber meine allergajutze... Das ist gut. Darf ich den Spieß vielleicht mal umdrehen? Nein! Nach dem Video gibt es wohl kaum noch einen Typen, der dein Princes-Treatment gerne in Anspruch nehmen würde. Weil mit der Einstellung und dem Charakter, muss ich dir ganz ehrlich sagen, wünsche ich jedem Typen alles Gute für die Zukunft, der mit dir zu tun hat. Wir machen eine Wader! Bro, wir machen einmal eine Ansage ohne Schöne, exkü... Bro, was geht bei dieser Frau? Also, das ist doch richtig. Ich glaube, die gab es schon immer, die kommen nur auf TikTok irgendwie aus ihren Löchern gekrochen. Also, es gibt noch viel, 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 viel Schlimmere, ich meine jetzt, also im Allgemeinen, wisst du, ich meine... So etwas okkulte Persönlichkeiten. Auch so im Querdenker-Business gab es die Glauben... Was bei Tanzverbot so aktuell abgeht, schon lange nichts mehr von dem Kollegen gehört. Ja, ich darf noch fahren! Koks misst er nämlich nicht! Cool! Ich will unbedingt eine große Stirn haben und habe vor paar Tagen meine... Warum? ... meine Stirn rasiert. What the... BIT! Heee! Hast du größere Stirn, was seh das du? Obwohl, Moment, jetzt wo die es sagt... Scandinavian Hairline, ja... Aber, ey, Claire, nochmal ganz kurz... Warum hast du deine Stirn rasiert? Warum habe ich es rasiert? Weil ich eine große Stirn haben will. Achso, ok. Hätte ich jetzt gar nicht mitgerechnet. I want a Lamborghini. I want another color. I want to drive with my friends. Thank you! Ist das das, was die vom ersten Video mit dem... Was bringst du an den Tisch meinte? Excuse me? Wie viel muss man noch mal verdienen? Man denkt, ich habe gar kein Englisch, muss ich denn... Klischert bei mir ein Mann, der 1,5 netto im Monat verdient, keine Chance. Ah, alles klar. Na, das ist ja kein Problem, weil ich meine, die 1,5... Flipp, passend! Magi, lass ich da. Flipp! Digga, Ron Veletsky, holy shit, digga. Du, der 1 streamt, Knossel, holy shit, digga. Digga, jetzt, was geht? Ich gefühlt, streamt er nieder, Bruder, aber wenn er streamt, ist das völlig eigenartig. Bei dir, Junge. Oh, ich muss noch kurz Wasser ein. Flasche Magi geht auch, oder? Digga, der Typ tankt mehr Salz mit einem Schluck Magi, wie ich in der Woche esse, verdammte Scheiße. Müsst ihr jetzt alle arbeiten gehen? Ratst du mal, wer jetzt schlafen geht? Ha, ihr Loser! Genau deswegen liebe ich die Nachtschicht, Digga. Alle fahren gerade zur Arbeit, sind deprimiert und ich geh jetzt in mein kuscheliges Bett schlafen. Shakira, Shakira! Hey, Bro, ich, äh, Video. Digga, hell nah. Aber Nachschicht, glaub ich, gefühlt ist das hattes Vorurteile im beruflichen Leben, aber abgesehen davon hast du das in deinem Sozialleben Arsch. Ich weiß nicht mehr. Die Laune echt nicht verwiesen, aber es ist Samstag. Shakira, Shakira! So sind wir Mädels so, dass wir lieber einen Typen nehmen, der uns wie Dreck behandelt, wir so naiv denken, dass wir ihn ändern könnten, obwohl wir ganz genau wissen, das ist und bleibt ein dummer Mensch, der ist einfach nur scheiße. Aber trotzdem, Leute, wir stellen uns mit dem eine Hochzeit vor, wir würden alles für diesen Typen tun, aber dann gibt's diesen einen Typen, der würde alles für dich tun, alles wirklich. Er behandelt sich wie eine Prinzessin und wir sind direkt so, mhm, der ist in der Friendzone. Ey, interessanter Reflektionsprozess von der jungen Dame. Der Mensch ist ein Gewöhnungstier und gewöhnt sich an alles, was er einfach so hat. Dementsprechend ist der Reiz oft da, dass man Sachen... Das ist schlau, der gewöhnt sich an alles, was er einfach so hat. Man muss nämlich arbeiten, dass ich gearbeitet habe. Seid euch, der es nur gewusst. ...die man nicht bekommen kann. Wenn man immer den Dingen hinterherjagt, die man nicht haben kann und nicht... Bro, was ist das für ein shitty A-S-Coop wie ein Lo-Fi-Ich-Lerne-Beat? Yo, chill, ich hab Musik zum Lernen! Bam-Bam-Bam-Bam, Jungs, Inscop-Video ohne Shit. Aaaaahhh! ...selbstverständlich sein. Und ich bin mir sicher, in ein paar Jahren wirst du auch du den richtigen Partner finden. Oder vielleicht schon früher, zum Beispiel auf dieser unglaublichen Dating-Plattform mein Mitarbeiter... Was erzählt man jetzt hier so? Drei Sekunden Zeit, um mich vorzustellen. Eigentlich sitze ich nur hinter der Kamera, heute mal vor der Kamera. Hey, ja, hi, ich bin André, ich bin 25 Jahre jung. Bro, ich bin seit lange, lange, lange abgestalten, schon lange abgestalten, holy shit. Arbeite als Videografer, wo man es vielleicht sehen kann. Das mache ich gerne in der Freizeit. Ich höre Musik, ich mache selber Musik. Ich gehe ja gezwungen ins Gym. Ich mache Sport. Man geht natürlich auch das eine oder andere mal gerne nach draußen, um ein Schlückchen Alkohol zu konsumieren. Und nach oben mal durchgehen, da hast du ganz viele Bilder von mir. Gleich kommt es ja zu einem Match. Oh Gott. Schönes Bild, aber vielleicht hätte ich uns nicht ein bisschen überlegen sollen, was er sagt. Nicht viel Likes und Zettel hinlegen, was ich meine. Wenn du auf deiner Dating-Plattform hier nicht mehr Matches hast, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Ich weiß nichts über den Bruder, außer dass er Musik hört, Musik macht und Alkohol trinkt. Und das ist nicht gut. Digga, wichtiger DJ mit wichtigem Ola Kalash. Alter, geiler Team. Welche Überleitung wäre besser, als jetzt Werbung zu machen? Aber ich mache es nicht. Außer ihr habt eine Lust, bei uns im WhatsApp-Channel vorbeizuschauen. Erster Link in der Beschreibung, liebe Leute. Es wird demnächst eine sehr, sehr krasse Aktion geben. Und im Übrigen, an alle Lederjackenerinos da draußen, die unsere schwarze Lederjacke gefeiert haben. Wir haben heute im Shop eine neue Lederjacke rausgebracht. Und zwar in diesem Braunton hier. Wenn ihr die WhatsApp-Gruppe abonniert habt, dann könnt ihr ganz oben in der Leiste sehen. Da steht nämlich... Da hat er gekriegt, hat er gekriegt, war ein guter. Oh mein Gott, Alter, jetzt hab ich euch... Oh ja, ein gutes Video.